Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge of Shadowverse Arena. Wir haben ja wenigstens schon mal zwei Siege geholt, jetzt diese Runde. Besser als die Male zuvor alle. Mal sehen wie es jetzt weitergeht. Auch wenn ich tatsächlich immer noch der Meinung bin, dass mein Deck eigentlich zu wenig Amulette hat. Sorgkraft könnte ich vielleicht mit Massen-Banish gut unter Kontrolle behalten. Jetzt Fiest und Style behalte ich mir erstmal noch. Ah, na toll. Ich werde mit B2W anfangen. Oh, wie ich die Tides vermisse! Stopp! Okay, dann mache ich zuerst das hier. Also ich gehe nicht davon aus, dass der hier überleben wird. Aber ich kann nächsten Zug dann Citroen-Ravens und Daniel zusammenspielen. Das ist jetzt schon etwas sehr aggressiv kommt. Ah, das ist sehr gut für mich aber jetzt. Und ein Mirage ist jetzt für mich wirklich sehr sehr gut. Das ist genau die Karte die ich brauchen könnte um die Sachen hier unter Kontrolle zu bekommen. Okay, irgendwie bin ich mir gerade ein bisschen beschissene Sachen. Das ist gerade sehr bescheiden für mich. Naja, mit einem Mirage kann ich da wenigstens immer noch... Nein! Okay. Es ist tatsächlich doch nicht mehr so bescheiden für mich. Mein Team will bury our love. Du bist jetzt fertig! Zwei Tarkete in einem go? Nein, das ist ein Kampf! Naja! Naja! Für den nächsten Zug kann ich sehr gut Herbert ist Herr spielen, womit ich dann halt... hoffentlich sein gesamtes Vierfeld banischen kann. Komm, bitte spiel jetzt eine große Anzahl an Schwachen. Einen kannst du gerne noch Evolven. Ähm... Fast. Ähm... Ähm... Okay, der kann den hier nicht komplett killen. Das finde ich ganz gut. gut. Damit komme ich ganz gut klar gerade. Damit komme ich ganz gut klar gerade. Wenn es gut läuft, überlebt er hier die Aktion. Wie gesagt, wenn es gut läuft. Boah, das wäre natürlich sehr geil, wenn der hier überlebt, dann... Nein, der überlebt nicht. Er will den unbedingt traden. Kann ich irgendwo nachvollziehen? Ich hatte nicht noch einen zweiten Überlist her? Das wäre jetzt so geil, wenn ich den jetzt sehen würde. Das wäre aber großartig für mich, wenn ich den jetzt sehen würde. Schade. Okay, ich kann dich spielen. Ich kann dich spielen. Ich sollte dich spielen. Ich sollte mit dich... ...den hier banischen. Den trad ich mal da rein. Mit dich trad ich jetzt... Hier rein. Hier rein. Hm. Es wäre jetzt natürlich nicht so prickelnd. A divine summons basement hier. Immer noch unangenehm für mich. Die ist zwar sehr gut, aber die bringt mir gerade nichts. Ich muss dich spielen. Ich werde dich da jetzt. Ich werde dich da. Ich werde dich da. Ich werde dich da. Nein. Nicht gut. oh ich könnte er wird wahrscheinlich den killen wenn das so ist dann würde ich okay das ist nicht so ich brauche mir hier ein bisschen es ist nicht gut ich bin jetzt tot er hat sich halt einfach nicht mehr die chance mit dem krieg was zu tun leider selbst wenn ich sein gesamtes board gebanaget bekommen hätte hätte er mich wahrscheinlich trotzdem dann nachgekillt naja ein match haben wir jetzt noch immerhin haben wir schon mal zwei siege insgesamt das ist besser als die runde zuvor ok war ja auch conviction schon mal ganz gut aber behalte ich mir noch vor als erstes fange ich mit beastly wo an ok als erstes fange ich damit an danach kommt beastly wo so dann spiele ich zuerst dich so und einmal so gekommen wird nächstes kann ich steppe soldier spielen hier sollte das schon mal nicht so gut nicht so einfach vorbeikommen zumindest so live by the saddle die by the saddle you were done for so ich habe da schon mal jetzt eine sehr gute sehr starke sport äh na toll so so einmal das aber das habe ich auch glücklicherweise immer noch aber das habe ich auch glücklicherweise immer noch so 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 So, du dahin. Ah, verdammt, das war nicht das, was ich machen wollte. Das war jetzt nicht gut. Ich wollte eigentlich mit dem da rein und mit dem da rein. Ah, das ist jetzt sehr bescheiden für mich gewesen. Verdammt. Ich habe immer noch Pracker of Conviction. Ich habe auch noch einen Herbalist Hare. Er kann den hier theoretisch traden und den da rein traden. Leider. Das war halt nicht so klug von mir gemacht. Hm. 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 Warte mal, er hat nicht den gekillt? Okay. Tradet er dann. Okay, den Sinn habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Er kann den hier zwar noch traden, aber... Aber nun ja, irgendwie... Aber ganz optimal fand ich das jetzt nicht von ihm. Äh, für ihn selbst auch. Also, er kann jetzt nicht mehr evolfen, ich habe den noch auf dem Feld. Ah, okay. Okay, das ist hingegen jetzt sehr gut. Also, das ist, dass du in den nächsten Mal wiederholst. Oh, Mann. Oh, okay. also mega gut ist das immer noch nicht gerade und je nachdem was er jetzt aufstand hat bin ich auch tot wenn er dieses ding hat was halt okay das aber auch schon unangenehm das ist schon sehr unangenehm jetzt ich bin tot ich bin tot verdammt hätte ich vielleicht anders vorgehen müssen ich weiß es nicht aber auf jeden fall ärgerlich aber ich habe auch ein zwei fehler gemacht wo ich mir denke ich schon was hätte bei sparen können also shop bei packs einmal academy of ages oh interessant taraske invocation if this card is in your deck and has at least 11 defense invoke taraske with high rush ward fun for game plus zero plus seven deal seven damage to the enemy leader mhm ja mhm ich bin gerade am überlegen ob ich nicht ich gehe mal hier mit 10 und die anderen da unten überlege ich mir gerade ob ich mir die auch bewahre und untill kick ageless bystander mhm da war glaube ich nichts neues dabei da dürfte auch nichts neues dabei sein nope okay zeroth of sin mhm as a clone if any damage alert for us unplayed destroy an enemy follower access to your next in patroendom heroic follower from your deck into your hand mhm 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 auch nicht so dort dabei mhm 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 Okay, ich hatte kurz gedacht, aber ist in Anführungszeichen nur eine normale Legendary Okay, das ist eigentlich aber schon sehr stark, sorry. Ah, Checkmate. Schade, nichts dabei. Ich hoffe auf eine der Leader-Karten, muss ich ehrlicherweise sagen. Komm. Heute wollen wir mal nicht knoserig sein, gehen wir mal mit den nächsten Szenen noch. Wanked Brilliance, Meos, Meos Guardian, Untold Kick, Aimless Gunner, nichts dabei, schade. So, wieder eine Legendary, aber keine von den Leader-Karten, die ich gerne haben möchte. Medioli, Seeker of Truth. Mediolo, Seeker of Truth. Wenn Karten sind, ist diese Karten, 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 ist ein Scanner of Truth. Von Verdraw 5 Karten, wenn sie zu 0 sind, ist sie zu Ende der Turn. Okay. Kann sehr stark sein, put in einem Rune-Karten von deinem Deck in deine Hand, ist diese Karten, ist diese Karten, mhm. Hm. Für mich eigentlich nicht so interessant, was den Spielstil angeht, aber... Fairy Barrage. Hm. Auch nix dabei. Hm. Ich hab Leute gezogen. Geil! Okay, ich hab... Ich weiß grad gar nicht, wen ich am liebsten gehabt hätte. Ich hätte eigentlich auch gerne, ähm... Yor gehabt. Yor ist auch... Yor ist schon ein ziemlich geiler Charakter. Mein Control Mage. Hm. If the enemy leader's class is forcecraft, forcecraft... Ah, okay. Das Ding ist das. If it's Dragoncraft, Slidercraft, or Heavencraft, gain an Ambush until the end of your opponent's turn. Hm. Funtfire, draw a card, ready 10, recover 1 evolution point, did 2 damage to our... sehr geil. Reviled Remnant. Aha. Mhm. 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 Okay, ich habe Leute gezogen zumindest. Das heißt, ich habe Leute jetzt hier als Liederkarte. Anja fehlt mir dann noch. Das dürfte eine andere Anja sein als die Anja, die ich sowieso schon bekommen habe, glaube ich. Anja ist ein Bond. Trusty Doggy, Bond ist auch sehr geil. Yor habe ich jetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ganz, ganz gerne Yor tatsächlich. Die Frauenprinzess ist schon sehr geil. Yor wäre schon wirklich sehr cool, noch zu haben. So, aber jetzt habe ich erstmal Leute gezogen, das ist schon mal etwas. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.